Auf jeden Fall, wenn und sondern noch. Langweiliger Kampf! Ach, und die haben auch jede Menge dabei. Die wissen immer gerne mit. So, Lefty steht noch. Hat da der Zauber nichts gebracht, oder? Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Weg mit der Waffe, weg damit! Ich mein's ernst, weg damit! Ja, ich mein's ernst. Schon gut, schon gut. Tu das nie wieder. Wird schwer. Ja, was haben wir denn für jetzt, äh, Sprüche? Keine mehr, nur Licht. Ähm... Schon gut, der Kampf ist entschieden. Schon gut, der Kampf ist entschieden. Ich mach mal den anderen Schläger vielleicht... ...irgendwie auch... ...dau locken. Du bist auf dem besten Weg! Ah, ein Kampf! So, der Reislord ist da, hinter uns hier. Und so! 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 Sehen wir dir. Sind sie weg? Ja. Sind sie jetzt? Da sind sie weg. Ach, er ist nur da. Ach, er ist nur da. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. War knapp, aber geschafft. So. Speichern. Und erst einmal heilen. So. So. Wollen wir die Fliegen nochmal ausschalten. Vier wären das. Jetzt werden wir die Einzelnen erwischen. Einzelnen vielleicht nicht. Alle auch einmal. Ja, verschwinde. Haben wir ein Problem? Na. Ich dachte, dass ihr schon lange geklärt habt. Ich höre nicht mehr rum. Früher wäre das Ganze anders gelaufen. So, die Fliegen. Drei haben wir noch. Wo treffen wir die mit dem Bogen. Wahrscheinlich nicht. Machen wir es so. 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 Wir haben es erledigt. Bleiben nur zwei. Und wir steigen eine Stufe auf. Und jetzt den noch. Und wir steigen eine Stufe auf. Sehr klasse. Jetzt sind wir auf Stufe 5. Und haben schon 18 Lernpunkte übrig. Mit 20 kann man die nächste Stufe im Schwertkampf lernen. Eigentlich drei Lernpunkte Verbraucher. Und dann bei dem nächsten Anstieg sollen wir in die nächste Stufe aufsteigen dann einen Schwertkampf ausbauen. Aidan Nee, Tiere wollen wir nicht ausschlachten. Wenn, dann wollen wir lernen, dann wollen wir Minecrawler. Ähm, ja, die Plotten. Entfernen kann. Weil da raus kann man sich später eine Rüstung machen lassen. So, hat hier was Neues. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Bogenstufe 1. Zeig mir deine Ware. was da raus 2. Du bist AAA was in 2. 下 2. 2. 君 2. So, jetzt verkaufen wir den Bogen und holen uns dafür 40 Pfeile. Wollen wir überhaupt den Bogen die Fähigkeit ausbauen oder lassen wir das komplett weg? Aber eigentlich ist es bestimmt sehr nützlich, wenn wir mit der Pferdenkampfwaffe die Gegner unter Beschuss nehmen können. So, jetzt kommen wir mit der Pferdenkampfwaffe. Hey du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen dich als Freund zu erweisen. Mit nur 10 Arzt bist du dabei. Wie sieht's aus? Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf Kleiner! Ja, aber wenn wir den jetzt angreifen, dann glaube ich haben wir die ganze Malte am Hals. So, wegen der Liste geht da nichts. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns.